mi band 4 und zwar kann man die display on site ruhig auf maximum stellen man kann es jederzeit manuell beenden die display on site oder wenn das display an ist und zwar so eigentlich nicht also wartet man halt eigentlich ab bis die display on site durch ist und das sicher abschaltet aber wenn man einmal so längs draufpatscht ist es aus und an aus an aus das war's ciao